Hallo Herr bruder Frau Mit meinen Motoren. Das ist ein Lohn. 1500er mit 34 PS. Da hab ich halt so ein bisschen gelötigt. Das ist bei der Bahn hier. Ist das genial oder so? Das ist ein Beispiel. Geheißen, der Kier hat noch so? Das ist das Wachstum. Geheißen, der Kierkei ist noch nicht auf die Straße. Die Ere�sp .... Das ist das Dachstum. Der Kierkei ist noch ein bisschen über進ge ins Withen. Die Kierkei ist vollkommen sehr gut. Die Kierkei ist hohe的時候. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020